Hallo, mein Name ist Rico Rüssel von H&R Anlagenbau und ich bin begeistert, was wir tun. Du benötigst eine Notheizung, möchtest Estrich aufheizen, planst Umbauarbeiten oder brauchst einfach eine vorübergehende Wärmeversorgung. Dann bist du bei uns richtig. Wir vermieten und verkaufen mobile Heizgeräte von 20 kW elektrisch bis 200 kW im Anhänger bis zu 15.000 kW im Heizcontainer. Natürlich mit dem notwendigen Zubehör wie Schläuche, mobile Lufterhitzer oder Tanklager und unserem Heizölmanagement. Hinter mir seht ihr einen unserer Bestseller bei Vermietung und auch Verkauf. Ein Heizanhänger mit 150 kW, integriertem Tanklager, Estrichprogramm und unter anderem natürlich mit Fernüberwachung. Unser Ziel, das beste Unternehmen für mobile Wärme zu sein. Du hast Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen? Dann sende mir eine E-Mail an info.heizmax.de oder ruf uns an 0351 40 40 70. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Untertitelung des ZDF, 2020